Mit Star Wars Reactions ist das ja so eine Sache. Es gibt vieles, was ihr mir immer wieder vorschlagt. Es gibt aber wenig hochqualitative Neuerscheinungen. Was es aber wohl anscheinend zuhauf gibt, sind Memes und Verarschen. Und da wollen wir in eine reinschauen heute, die ihr mir schon, muss tatsächlich sagen, sehr, sehr oft vorgeschlagen habt, zu der ich aber bis dato irgendwo nie wirklich kam. Heute ist der Tag Solar Wars. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Es gibt so bestimmte Dinge, die ihr mir immer wieder in den Kommentaren vorschlagt, ich solle doch mal auf dieses und jenes reagieren. Eine Sache davon, die ich schon des Öfteren gehört habe, ist Solar Wars. Ich persönlich kannte das gar nicht, musste das erstmal googeln. Und heute ist er gekommen, dieser Tag. Ich werde auf Solar Wars reagieren, was auch immer das sein sollte. Anscheinend aber ziemlich lustig. Let's go, in sieben Minuten Spaß oder halt Enttäuschung. Die Vorgeschichte. Was ist das denn? Mein Schüler. Du hast ein schönes Kleid an, für deine verhältnisse Wunderschönen. Ja, aber für morgen habe ich noch nichts anzuziehen. Ja, das ist doch prima. Ja, Drecksack. Okay, wir wissen, wo wir angelangt sind. Das ist wieder diese Seite von YouTube. Wird also lustig. Wie Star Wars Kacke. Hobi, Wahn, das ist mir peinlich. Schnell wechsel das Thema. Ja, mein letzter Erfolg war meine Geburt, da kam ich ganz groß raus. Ja, das war jetzt irgendwie ziemlich unpassend. Ähm, ja, es ist ziemlich stickig hier, ne? Aber eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also, persönlich. Ey, nebenbei bemerkt, dein linkes Auge sieht scheiße aus. Es ist ja auch ein künstliches Auge, Anakin. Welches Material? Aus Glas. Ja, dachte ich mir, man muss ja durchsehen können. Ich habe gehört, du hast einen Nebenjob angenommen, Anakin. Als was arbeitest du? Ich bringe Zombies um. Es gibt keine Zombies, Freundchen. Hast du jemals in deinem mickrigen Leben einen Zombie gesehen? Nein. Gern geschehen. Er hat einen Punkt. Oh Gott. Anakin, du könntest niemals Zombies töten. Du bist ein Tollpatsch. Ich bin doch kein Tollpatsch. Ach ja, und was war dann das letzte Woche? Das war ne... Wir haben einfach die Blue Screen Aufnahmen davon genommen. Ausnahme. Ach, und was ist mit gestern, als wir Fahrradfahren waren? Hm? Oh Gott. Sollten wir dir nicht lieber helfen, anstatt darüber zu reden? Keine schlechte Idee. Okay, ist wirklich gut. Ihr hattet recht. Oh, da habe ich mich aber erschreckt. Mir ist langweilig. Ich spring mal aus dem Fenster. Ach du Kacke, Obelwagen. Ich werde dich retten und nichts kann mich daran hindern. Großartig. Hey, Dude, wie trinkst du dein Bier? Glas oder Flasche? Kasten. Hey, ich lebe noch an. Ich bin tot. Erzo, ist mal irgendein Dumpf. Es ist halt wirklich einfach nur dumm, aber witzig dumm. Okay, Dude. Dieses Raumschiff ist sehr beliebt und kann schon. Guck mal da. Es wurde von dem berühmten Dichter Jimi Hendrix entwickelt und stammt aus dem Jahre 12. Es besitzt einige... Toller Film. Ja, jetzt halt deine Schnauze. Ich finde nicht die richtige Tonlage für mein Schweigen. Ich mache es ja immer in 10-Moll. Willkommen in Frieden, Leute. In Frieden. Tolle, unfreundliche Leute. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich hätte mir auch einen ganzen Film davon angeschaut. Bin ich ehrlich, dafür würde ich Kinoeintritt zahlen. Leute, seien wir ehrlich. Ihr kennt das wahrscheinlich schon, aber da... Gerne. Es ist auch der Kanzler. Hallo Frau Merkel. Guck mal da hinten. Wer ist stark und läuft durch den Park? Count Dooku. Richtig. Das sind übrigens die Original-Sounds. Ich bin ein Berliner. Du hast schwach angefangen, aber dann noch unheimlich stark nachgelassen. Na, du bist ein funny Jungen. Und einen Tritt nicht hinten. Und du fliegst weg. Yippee. Party Art. Ich habe mich entschlossen auszusteigen. Ja, nee, ist ja eine ganz schöne Sache, ne? Aber was habe ich damit zu tun? Du bist nur wegen mir hier. Ich finde dich auf vielen verschiedenen Ebenen attraktiv. Was? Gib mir deine Hand. Ich will dich anfassen. Oh, schon 18 Uhr. Ich muss gehen. Das finde ich jetzt echt scheiße von Anakin. Komm, sei nicht eifersüchtig. Er hat bestimmt eine andere. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe einen Waffenschein. Hast du das Sitzungsprotokoll von gestern dabei? Nein, ich spüle Klopapier immer runter. Ich auf der Arbeit. Anakin, als ich in deinem Alter war, war ich schon 40. Ich meine damit ja... Was? Du willst nicht mal langsam über das Heiraten nachdenken? Dieser Hindu da, Mace Windu, hat großes Interesse an dir, Anakin. Sag ihm meine Lieblings-Yoga-Übung. Aufging der Mittelfinger im Morgenrot. Nee, Freund, schön, nicht in diesem Tun. Jetzt hast du doppelt so viele Hausaufgaben auf. Weißt du was? Du bist ein richtiges Arschloch. Ich gehe zum Kanzler und sage, du sollst gefeuert werden. Das würdest du nicht wagen. 10 Minuten später. Ich muss Ihnen was sagen. Was ist los? Lange und komplizierte Geschichte. Dann ist es mir egal. Ich habe mit dem Kanzler geredet. Ich bin ihm egal. Oh, das tut mir aber leid. Bleib stark und sei einfach du selbst. Okay, was muss ich machen? Naja, ich wollte mal fragen, wie viel Uhr es eigentlich ist. 5 Uhr 10. 5 Uhr 10? Nein, 10 nach 5. Das ist doch keine Uhrzeit, das ist ein Zustand. Verdammt, guck doch selbst auf die Uhr. Nee. Du Schlawiner! Hä? Nee. Scheiß die Wand an. Du solltest eigentlich schon gefeuert sein. Mach keinen Fehler, Anakin. Ich liebe dich zu sehr, als es in Worte ausdrücken zu können. Dann drückst du in Geld aus. Hände hoch oder ich töte dich. Oh nein, M-M-M-Weiß nicht. Dann muss ich dich wohl töten. Anakin, wenn ich gefeuert werde, werde ich als Vierempfänger. Und wenn du mich tötest, überlebe ich das nicht. Warte, vollkommen. Auf eine gewisse Art und Weise ist das Dieb. Das hat einen tieferen Sinn. Mit Originalmusik dahinter noch. Ich bin computeranimiert. Ich bin computeranimiert. Das hätte alles ganz anders ablaufen können. Freundschaftlich und friedlich. Nee, das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Nee, das hätte ablaufen können. Du bist mein bester Freund, Anakin. Das ging ja ganz freundschaftlich und friedlich. So hätte es ablaufen können. Das ist jetzt eine beschissene Situation. Die ist halt wirklich gut gemacht. Meine, die Qualität, klar. YouTube 2012 oder so. 2013, 2014. Ich meine, ich stehe deutlich über dir. Ich habe die High-Ground-Adekeit. Du bist doch echt zu blöd. Thank you. Und er fliegt. Touchdown. Sehr cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dein Original ist, aber die Vertonung ist auf jeden Fall von ihm. Hat er gut hinbekommen. Oder weil er auch immer dann noch mitgemacht hat. Ich kann jetzt auch verstehen, warum ihr mir das vorgeschlagen habt. Es war jetzt heute ein simpleres Video. Ich hoffe aber, der eine oder andere hat es noch nicht gekannt. Ich fand es sehr, sehr schön. Vielleicht gibt es da noch mehr in dieser Art und Weise. Mehr Verarschen, mehr lustige Zusammenschnitte. Wenn ja, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Danke schön, dass ihr mir das vorgeschlagen habt. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen bei der Bad Batch wieder. Kommt gut durch den Tag. Bis dann. Euer Buddy.